Liebe Lehrende, möchten Sie Ihren digital gestützten Unterricht über ein Schuljahr hinaus Lerngruppen zur Verfügung stellen und dabei auf verschiedene Methoden wie Stationsarbeit oder Wochenpläne zurückgreifen? Sollen Ihre Lernenden die in Ihrem Unterricht erworbenen Kompetenzen selbstständig überprüfen können? Oder möchten Sie ein Video, das Sie zum Beispiel auf YouTube entdeckt haben, in Ihren digitalen Unterricht einbinden und dieses um interaktive Elemente, zum Beispiel Verständnisfragen, erweitern? Diese und viele weitere Funktionen bietet die Lernplattform Moodle, die ich Ihnen heute vorstelle. Die Nutzung von Moodle kann für Sie besonders interessant sein, wenn Sie digital gestützten Unterricht über einen längeren Zeitraum für Ihre Lernenden und sich selbst ermöglichen wollen. Für Ihre Inhalte und Materialien steht Ihnen bei Moodle ein großer und dauerhafter Speicherplatz zur Verfügung. Wie Sie Moodle für Ihren eigenen Unterricht nutzen können, zeige ich Ihnen in dieser Videoreihe. Konkret geht es dabei um den Zugriff auf Moodle über das Schulportal Hessen, das Anlegen einer Kursstruktur, das Hinzufügen verschiedener Inhaltselemente und um Möglichkeiten des Feedbacks. Viel Spaß dabei!